Fils gegen Alex. Aber wir warten bis das Top 8 halt fest hoch. Ich muss kurz warten, bis sie auf der Fläche spielt, weil es kein Ziel ist. Ich auch. Ich hoffe das auch. Wir können mal gucken, Ophils hat erste Runde verloren, glaube ich. Ja, die Lutz war. Dann hat er 2-1 gewonnen, das ist 1 Punkt, dann hat er 3-0 gewonnen, das sind 3 Punkte. Hier ist doch der Kopfspieler. Hier ist doch der Kopfspieler. Ja. Aber Wuchsbaum hat 2-1 für 3-2 gewonnen, das heißt er hat nur 2-2. Ah ne, der hat fertig. Dein Gegner steht noch nicht fest, der Gewinner von Likey und Beatyosh. Gegenteil hat sich der Knopf gespürt. Der Gewinner? Der hat wirklich verdient. Direkt verloren. Tschüss. Bis dann, schön, dass ihr da wart. Wie heißt der denn jetzt vor? Ja, also alle außer Marius fahren jetzt. Vielleicht Marius fahren wir. Alex! Alex. Ähm, willst du Alex ein Bier anbieten, der Verlierer-Bier? Ey, ich krieg auch noch eins, oder? Ja klar. Alex, du kriegst ein Bier. Du kriegst ein Bier, willst du Bier? Jeder der raus ist, kriegt ihn hier. Der erste raus. Der erste muss ich nur sagen. Der andere hat Alex. Der sagt doch Baumwolle. Sorry. Ja, sorry. Der hat der Alex gesagt. Nudelsuppe geknapp an Bier. Wo ist der? Keine Ahnung. Mega, ich weiß nicht, was geht hier ab? Das ist ganz schön knapp. Wie steht's hier? Der ist ein Bier. Wie steht's hier? Was ist der, was ist der? Ja, ich weiß nicht. Das ist ja. Das ist ja. Der hat der baldige Liege, aber jetzt die Aufzeichnis. Das ist kein Spiel. Das ist ja. Die sind blöder. Nämlich, das ist wir falsch. Hör doch mal. Das ist ja! Okay... Oh, das ist der German. Bastard Keyboard. Alright, update. Much better. Scheiße. Ich glaube, von Wengen gewinnt bei der blauen Hafer. Deine blauen Hafer. Grönemann ist... Keine Lust an Grönemann. Ja, Sir. Kannst du mal das Licht anmachen? Genau. Beide. All right, kann er es aufbauen? Let's see. Oh, er wird aufbauen. Alright, nein. Komm schon. Kein Englisch Kommentar. Scheiße, warum denn? Das ist verboten, also. Einmal Deutsch, aber es ist nicht schneller Deutsch. Doch, klar, kannst du das. Glaub an dich selbst. Nice Back-Hare. Nice Back-Hare. Gucken wir mal. Hau dir rein. Ich sag Bescheid wegen Fantasy. Alright. Alles gut. Schade, dass du die Vorzeit schon. Oh. Oh. Delfinschlag aus dem Schild. Nice. Wie heißt das? Delfinschlag aus dem Schild. Delfinschlag aus dem Schild. Delfinschlag aus dem Schild. Delfinschnitzer? Delfinschnitzer? Delfinschlag aus dem Schild. Oh, okay. Ganz in, ganz in. Oh, nice Update. Aktualisieren. Aktualisieren. Ja, bleib mal auf Normal Gameplay. Das geht ja ja nicht. Here we go. Auf geht's. Grün gegen Gold. Nice. Oh wow. Nasty forward smash. Ja, du musst dir sagen, ich habe es nicht. Mav-Man ist so schlecht. Wolltest du mitkommentieren? Ja. Komm lass dich mal machen. Digga, das ist halt Mav-Man. Das ist schon das geilste Mensch auf aller Zeiten. Also der eine... Ein Mav-Man schwingt. Der andere Mav-Man schwingt zurück. Oh! Sollte, wird das jetzt schon ein? Der führt? Ja. Okay. Das ist so verwirrt alles. Grüner Mav schlägt. No, blauen Mav. Wer ist der Faber eigentlich? Ich würde sagen Sean Wayne. Ich würde sagen Sean Wayne. Wie ist es mit dir? Sean Wayne mag das Match-Up. Er ist kein Stranger für Upsets. Und Sean Wayne ist auch nicht so gut in dem Match-Up. Schickst du dir den Challenge von dem Amateur-Ding, damit ich auf WhatsApp gucken kann? Ja, klar. Oh. Oh, Mark-Man hat das Schwer sehr stark geschwungen. Der Mark-Man. Der eine Mark hat besser geschwungen als er hat. Das ist jetzt doch recht. Back to me. Oh! Ohhhh. Oh! Rennow, du Schlacker. Rennow geworden. Rennow, du Maschine. Ich liebe dich so sehr. Aber wegen dir kriegt Haki jetzt sechs Punkte. Saure Edge-Guide. Im Stichlern. Saure, ihr gegen die Gewinnausschau und wenn du bockst Haki. Du hast schon mal Sales und Payout? Ja, ich bin doch ein guter Mann. Top-8-Payout ist secure. Wir fangen mit Top-8 an, oder? Ja, aber es fängt bald an, ne? Du kannst jetzt schnell losgehen. Ich würde Pizza selber machen. Selber machen? Okay, das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Digga, aber ich glaube so sehr an dich. Ich will dir keinen Druck machen, aber ich liebe deine Schicke. Du bist Zick. Ich weiß, dass du das ganze Ding auch aus Business noch zurückkommst. Ich glaube so hart an dich. Machst du eine Triebe auf die Tür? Äh, wieso? Was ist? Internet ist gar nicht. Nicht so gut. Wieso? Ich hab nur den blödes... Ich hab WhatsApp angeht. Ich hab nur den Windows-Aufflager gesagt. Ich hab nur den Windows-Aufflager gesagt. Dann sollte er kommentieren. Ich weiß, aber er hat gesagt, dass er nicht kommentieren in Englisch ist. Warum nicht? Ich weiß nicht. Du wirst nicht wissen? Es ist kein German. Es ist kein German. Es ist kein German. Ja, aber es kann nicht wirklich sein. Es ist ein bisschen ein Deutsch-Bereich. Schöne Back-End. Schöne Back-End. Schöne Back-End. Schöne Back-End. Schöne Back-End. Also alles auf Englisch? Äh... Die Kanten-Wacht. Kanten-Wacht. Kann er das doof machen? Die Kanten-Wacht? Auf Like im Video und Sean Wayne. Sean Wayne. Oh. Alright. Oh. Ich würd erst mal das andere Set spielen lassen. Einfach nur damit sie sich mit mir nicht stehen können. Oh. Gucken wir mal. Es ist wieder ausgeglichen. Also schlechtes Konter. Aber dann... Okay. S-Mash. Oh. Alright. Weiss. What do you call that? Air Dodge. Lettes Air Dodge war das gewesen. Air Dodge. Oh. Der Luft aus Weichen. Luft aus Weichen. Luft aus Weichen. Luft aus Weichen. Dank sei Gott. Weiss. 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 Okay. Alright. With the jam. What the fuck? Why Sam? What the fuck? Ganz ehrlich, Sam verstört sich immer über Wichsen in den Matchup. Ja, ja. Du musst dann selbst rumwichsen auf jeden Fall. Ja, man. Er liegt einfach mal in den Schiff weg auf den Kantenkopf. Keine Kanten-Wacht. Keine Kanten-Wacht. Keine Kanten-Wacht. Mit dem V-Mats Luft aus. Der Luft aus Weichen. Der Luft aus Weichen. Oh. Oh, hey, die. Sie ist so richtig. Sie ist so richtig. Sie ist so richtig. Sie sind so richtig. Wie schnell kann die Konversation Richtung Hitler gehen? So schnell. Jede tauschen Wölzer. Wie schnell kann die Konversation Richtung Hitler gehen. So schnell? Sonst hat's gewisse Ausschüsse schon in Kürzerei. Du müsst die Kantenwacht an der Küste von Italien machen. Die Normandie darf niemals in der Hände der Karne fallen. Noch Nazi-hafter wird das Abzug. Ich setze die Karte weg. Die Kantenwacht. Die Kantenwacht hat er nicht ausgeführt. Jeder aus der Bar schief. Falken und Fox verlässt jetzt den Raum. Traf den Punkt, Alter. Den Fall gewonnen. Maschine, Alter. Jetzt kriegst du hier oben. Sein mal. Wenn du hier oben gehst, 6 aus, ne? 6 Punkte, 3 mit einem Amateur. Lage-Holking, Lage-Holking. Maschine, Digga. Fick ihn. Wahnsinn, aber es ist nicht mehr H, es ist Lage. Lage-Holking. Lage-Holking. Schwein zu sein, also... Schwein vor dem... Abnässe, ah. Letzschwein, das heißt... Lage-Holking. Lage-Holking. Was ist Lage-Holking? 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 Ist das Kantenwildschwein? Kantenwildschwein! Kantenwildschwein! Kantenwildschwein? Achso, ja. Aber es ist ja... Scheiße! Warte mal, warte mal! Es ist ja kein Hedgehog, es ist ein Ledgehog! Ja, genau! Deshalb ist es ein Legal! Legal! Ein Legal! Ein Igel mit L! Legal!